Hey Internet und Youtube Part 2 von Steve Office New Levels Easy Beasy Okay, was ist das für ein Witz? Ah! What? Okay, no 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 Wir folgen der Blutspur, ganz eindeutig Das ist die beste Idee, die man haben kann In jedem Horror. Okay. Aha. Key to my heart. Wem ist es schlecht? Wem ist es schlecht? Shut up. Ich weiß, was mit dem Bild passiert. Ah, Blutspurfall. Nein, nein, nein. Hier ist jemand. Aber hier ist vielleicht ein Key. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Weg. Okay. Ich finde den Weg hier raus. Das ist überhaupt kein Problem. 10.000 Türen. Ich bin am Anfang... Ah, hier ist es. Jetzt ist hier offen. Denkste. Okay, das mit der Blutspur war doch schon mal eine hervorragende Idee. Oh, Jesus Christ. Oh, nein, nicht der Asthmatiker hier. Jetzt hör auf, ich habe zu husten. Das ist total unhygienisch. Okay. Wir waren hier. Gut, jetzt habe ich überhaupt keinen Plan mehr. Das ist ja nichts Neues. Ich habe einen Schlüssel für... ...irgendwann. Oh! Okay. Irgendwann... ...finde ich auch die richtige Tür dazu. Ich mache einfach alle Türen. Okay, da kommt noch einer. Mit der Blutspur wäre ja hervorragende Idee gewesen von mir. Ja, tschi, Gesundheit! Halleluja. Einfach, okay. Jawohl, ja, immer mehr Blut. Hallo? Wie geht's dir? Ich schätze mal nicht so gut. Okay, hier ist wenigstens Licht. Wo li- Gesundheit! Oh mein Gott, komme ich hier irgendwann wieder raus? Ich checke mal. Hier sind nur Türen. Warte, ein blödes Bild. Ein blödes Bild. Okay, hinter dem Bild ist kein Safe. Okay, hier ist der Typ. Keine Panik jetzt. Habt ihr die ganzen Türen gebaut? Die ist ja unerträglich. So viele Türen. Könnt ihr hier jemand mal aufräumen und putzen? Sie können den Monster... ...putz? Frau? Eine Monster-Putzfrau. Die hier aufräumt und... ...sauber macht. Oh, was? Ich hab doch gar... Hab ich jetzt aufgemacht, was? Door lockt. Welches lockt? Aha! Ich bin der Beste... ...Spieler aller Zeiten und ich bin schon weiter. Okay, so weit zu... Noch mehr... Oh, Weihnachtsbaum. Happy Christmas. Uh, Toiletten. Jetzt hat sich jemand verausgabt, gleich nebenan. Oh Gott, mir ist schlecht. Aber wir wissen, in jeder Toilette ist ein Schlüssel normalerweise, oder? War doch in jedem Spiel so. Muss auch nicht sein. Noch mehr Toilette. There's a light switch. Wo? Over there? What's over there? I don't care. Okay, ich möchte hier nicht... Oh, Jesus Christ! Hallo, du bist aber ne süße Kleine. Oh ja, du bist wunderschön, Baby. Servus. Ist das hier der Dein? Oh, ich hab ne Key gepickt. Ich bin der Key-Picker. Don't F with the Key-Picker. Okay, dann viel Spaß noch beim Kochen. Und zumachen. Perfekt. Ich hab doch nen Key. Ich hab doch irgendeinen aufgehoben. Light switch. Vielleicht brauch ich den. Komm mal raus, Mädel. Where is the key to open? Komm jetzt raus. Kleine Maus. Komm closer. Do you like my pretty face? Au. Gib mir den Switch. Komm closer. Da ist Enter. Do you like my pretty face? Ich hab geentert. Oh. Okay. Wunderbar. Ich mach das Licht. Oh. Shut up jetzt. Do you like my pretty face? Ich mein, kannst du mich nicht umarmen? Okay, da ist der andere Typ. Komm closer. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Do you like my pretty face? Key hab ich hier ge... Komm closer. Ich weiß, wenn ihr euch beide trefft. Come closer. Vielleicht verlieben sie sich die beiden. Do you like my pretty face? Oh, dann gibt's kleine Monster-Babys. What, what? Wie, what, what, what? No, nicht gemaubern, nicht gemaubern, nicht gemaubern, nicht gemaubern, nicht gemaubern. Ah, hier war ein Key. Ah, hier war ein Doppelbluff-Key. Mama Mia. Aha, auf Wiedersehen. Oh. Hi, das sollte ich mir auch zu Hause hinhängen. Sieht gut aus. Jagdtrophäen. Ah, das war der Key zu dem... Hm, perfekt. Das ist... What? Scheiße, Jesus Christ. Da-da-da-da-da-da-da. Ah, wunderbar. Was für eine Begrößung. I have a feeling something is behind me. Ah, okay, das war... Sitz! Sitz! Platz! Aus jetzt! Ever, ever, ever. Holt ihr das Knöchchen? Doch, nicht mein Knochen. Sei ein liebes Hündchen. Sei brav. Au, au. Ja, ist der Key. Wunderbar. Aha. Auf Wiedersehen. Nicht mit mir. Nee, immer gerade. Oh, okay, nicht gerade. Oh, okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Sag nicht, das ist der der End. Sag nicht, das ist der der End. Das ist der der End. Noch der, der geht es endlich. Okay, er kommt nicht nach. Wunderbar. Okay, was sieht du das? Das ist der End. Hallo? Ich glaube, ich bin total richtig. Okay, das war kein gutes Geräusch, aber... Ah, da ist der Typ wieder. Hi! Die haben niemals rausgefunden hier, deswegen... Game komplett. I did it again. Ich bin der beste Spieler. Und Part 3, Level 3 oder whatever. Komm, dann nächstes Mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bem, mach. Tschüss. Tschüss. »Ach